Willkommen zurück zu Let's Play Jaws Unleashed. So, nachdem wir Thaddeus platt gemacht haben... Hallo! Ich hab mich mal so dezent vorgestellt. Hopp! Hm, 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 hm. So, ähm... Tackle! So, mal sehen, woher wir denn die nächste Mission... Na, da drüben schwimmen wir natürlich direkt hin. Hm, hm, tackle, tackle! Äh, weiß ich nicht, Silberschweif. Nein, gut, das funktioniert nicht. Ich krieg den weißen Hei einfach nicht als Pokémon etabliert. Uh! So, da wir ja mittlerweile schon festgestellt haben, wir dürften, dass wir eigentlich mehr eine Art Anti-Held sind, als... anstatt Bösewicht. Ocean East. Do you want to enter this area? Natürlich wollen wir diese Area entern. Ähm... Press and hold the Bite-Button. Repeat until it's completely eaten. Dabei ist das eigentlich kaum möglich, beziehungsweise in heiklen Situationen hat man kaum die Zeit dafür. Oh, verdammtes U-Boot. Man, your health is low. Fein zum... Ja, wenn ich hier permanent mit Torpedos beschossen werde... Ich leine euch ja mal euren Seefahrermann da aus. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Scheiß-Torpedos. Geht mir umsack. So. Wir schwimmen einfach mal dezent schnell. Please hold the line. Dun, 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 dun. Hm? Mir scheint gerade gar nichts zu sein, aber das soll mir auch recht sein, ehrlich gesagt. Weck da, du Umweltverschmutzende. CO2. Ah, das ist direkt hier vorne, ist die Mission, okay. Okay, der hat sich hier von der Luft aufgelöst. War nicht schlecht. Das muss einer von diesen berühmt-berüchtigten Ninja-Hein sein. Blood on the beach. Do you want to enter this stage? Gerne doch. Snacktime, die Mission. Die Mission. embassy. Die Mission. Die Entscheidung. Die Mission. Die Convergends. Die Mission. Im Kreuzes. Okay, kill some people before they reach the beach. Was wollen wir doch machen? I killed a person. Okay, one to the ground move. Find a way into the pond. Hat die Frau schon gedacht, sie hat es geschafft? Und dann so was. Das ist echt Shit-Herbys. Wow. Ich bin mir ja nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass die Küstenwachenschiffe solche, wie soll man sagen, so Schlachtschiffteile da haben. Ich denke mal, ich bin gar nicht dazu gedacht, mich mit denen zu beefen. Oh. Destroy five boats in 50 seconds. You destroyed a boat. Und dann, 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 dann. Das ist Lukas. Yo. The fuck. Ich heiße Boote und Schlauchboote. Ruderboote. Alles Boote. Boote sind böse. Finde die Jacht des Bürgermeisters. Okay. Da komme ich irgendwie nicht durch. Die Jacht des Bürgermeisters. Okay. Finde ich die hier oder finde ich die woanders? Ist ein Ziffel die Jacht? Ne, ich glaube ja nicht. Ich denke eher, ich muss hier raus. Abdrehen. Und tschüss. Hm. Sieht mir nicht sehr jachtig das Bürgermeister aus. Oh. Loading. Oh. Hoffentlich können wir ja das Gesicht des Terrors endlich fressen. Oh mein Gott. Das kann nicht passieren. Ich denke, du kannst. Mach es! Okay. Ich denke du kannst. Okay ich brauche einen Plan B. Mach es! Ich denke du kannst. Oh 날with. Ach es! Auf Tauschstation. Ah vorn waren noch genau fässer. Ähm, eigentlich solltest du dieses Öl fast nicht fressen. Ja, gut, ich fress auch mal wieder. Habe ich dem Teil überhaupt was an? Anscheinend nicht genug. Okay. Ich brauche diese Fässer. Lass das doch mal sein, du blöder Hai. Ne, das funktioniert irgendwie nicht. Das war ein sehr, sehr männlicher Schreu. Oh Mann, da ist er doch. Ach so, wir müssen den lieben Herrn Major in Dinger reinschieben. Okay. Ah, das Ganze ist nicht so gleich, wie man vielleicht denkt. Ich brauche dringend was zu snacken. Oh, wo ist er? Oh, wo ist er? Aha. Aha! Found and body bag. Bereit machen für Full-Swing-Tackle-Angriff. Where is it? I think you're dead! Da komm, da komm, da komm. Verdammt, ich brauch immer zu snacken. Scheiße. Weg, 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 weg. Schwimm, schwimm in dein Leben, hi. Ein Schicksal der Naturverstoße ist dir nicht gewährt. Das müssen wir jetzt aber... Ah, ill-crashed, bitch. Okay, den kriegen wir, der ist fällig. Der Mario hat einfach zu viel Scheiße gebracht. Er weiß zu viel. Halten nicht nur an für den Hai, der sich in den Kopf gestoßen hat, ey. Und Menschen. Feuerwerk! Nein, der ist fällig. Der ist fällig. Der ist fällig. Der ist fällig. Ich dachte, wir könnten den Majo fressen. Aber leider scheint uns das nicht gegönnt. Open Ocean East So, wir dürften jetzt auf jeden Fall schon mal wieder einige Punkte haben Abilities Ja gut, wir können nicht wirklich was aufrüsten Die Zielgenauigkeit rüsten wir mal auf Die nächste Mission ist am anderen Ende der Karte Sehr geil Ja, dann machen wir das mal so Wir werden an der Stelle den Part abbrechen Ich danke vielmals fürs Zuschauen Ich hoffe, dass es euch gefällt und dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dann Ciao